Moderator Günther Jauch schaut sich seine eigene Sendung, Wer wird Millionär, nicht an. Das hat der 66-Jährige nun dem Sender RTL verraten. Seine einfache Erklärung. Wenn ich nachher sehe, wie ich gestikuliere, wie ich schief sitze, wie ich setze, nicht zu Ende bringe, dann bin ich nicht mit mir zufrieden, erklärte er diesen Verzicht. Er fügte hinzu, um mir da nicht unnötige Komplexe zusätzlich aufzuheißen, schaue ich mir meine Sendung nie an. Vor 23 Jahren startete Jauch seinen TV-Dauerbrenner, Wer wird Millionär? Das erklärte Ziel, die Millionenfrage zu knacken, schafften bisher 16 Kandidatinnen und Kandidaten. Bis heute führt der beliebte Moderator durch die Quizshow. Wie lange Jauch noch dabei bleibt, ist unklar. 2019 verriet er im Interview mit NTV, wie er selbst seine Zukunft als WWM-Moderator einschätzt. Das nächste Jubiläum wäre ja in 5 Jahren, dann gehe ich so langsam auf die 70 zu. Das kann ich mir nur schwer vorstellen, aber ich lasse mich einfach überraschen. DasHubet wird jetzt eine Frage.